Ach, da unten. Pfiff! Ey, darfst du gern weiter... ...halten, danke. Hm. Das ist ein Hauptzug. Guck mal, hier ist was. Eine Upgrade-Platine. Ja! Wo geht's hier runter? Ich seh keine Leiter. Das ist ein Aufzug. Ah, das ist ein Aufzug, okay. Tschüss! Ja, oder du wartest einfach nicht auf mich. Das ist ein Aufzug. Oh, hi! Neh. Spaß. Hm. Mhm. Ja, genau. Tritt drauf. Ich wollte eigentlich den Kerl treffen. Das ist kein Kerl. Doch. Hier liegt bei mir ein Kerl. Ja. 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 Und du? Tür. Das ist ein bisschen was lame. Ja. Ja. Oh, oh. Doch, das hat man schon gemacht. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Nur zu. Steig in den Gravitationsfluss. Mach's schiss! Oh. Er hat doch gesagt, ich soll reinsteigen. Ah, aber Markus, du kannst doch diesem Kerl nicht trauen. Oh Mann, ist der fies. Nein, funktioniert nicht. AdWords hat eine Art Gravitationsfeld zurecht gebastelt. Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Ach ja. Ja, was denn? Ach ja. So, ich schätze mal, Neues gibt's immer noch nicht. Ja, das ist aber auch nichts Neues. Das ist auch was, was du theoretisch dann selber zusammenmasteln könntest. Die kostet ja null. Ja, weil du den Kram schon hast. Hm, die Ecke soll gut sein. Na gut. Ja. 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 Ach, ich kann nicht mal auf'n Bot schießen. Ne, warum denn auch. Ja genau. Du brauchst das Ding. Ja genau. Du brauchst das Ding. Gut schon. Na kurz, mach kaputt. Ja. Ja, wo bist du schon wieder? Dort. Ja, keine Ahnung wo du warst. Open. Die Treppe hoch. Leiter hoch. Bist du auf einmal oben? Leiter hoch. Meine Güte. Ja, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Abwalt ist eine Art Gravitationzell zurecht gebastelt. Ja, ich seh. Als es ausgelöst wurde ist der Energieverbauch der Umweltsteuerung grundsätzlich ausgeschlagen. Da muss ja die Energie abklappen. die umweltsteuerung ist nicht weit von ihnen entfernt ich sende ihnen die koordinaten so es nervt echt hart dass man das jetzt alles noch mal machen muss naja jetzt laufen ich schon wieder weg ja doch ja nee ich bin nur so freckst du wieder an nix naja es war nicht wirklich nichts ich hab nichts gesehen ihr weil du nicht da warst so leiter hoch ouch ja Jaaa... Mach weg! Hm. Aktivieren. Achso, da braucht man ne Torx-Stange. Hab ich. Sehr gut. Ui, drehen. Natürlich kann man das Ding auch nicht mehr mitnehmen. Das ist ja Logo, ne? Oh. Noch ein Drehmanschetten. Das wir natürlich brauchen. Ah, natürlich. Aber nur ne Platine. Haben wir eh nicht schon genügend. Doch, Platine kann man hier genug haben. Hm. Hm. Ja, wollte das nicht. Nicht gehen. Ich hab der Falk doch nur an dem Sitz. Na dann nicht. Oh. Achja. Hmhm. Schon wieder so'n Kommando... Kopf. Kommando-Kopf? Kommando-Kopf. Ja, diese... komischen Pseudobrückenräume halt, ne? Hier ist ein Aufzug. Hier ist C4. Ja, schieß drauf. Nee, das ist am Lüftungsjacht. Ja, schieß drauf. Ansonsten die Aktion ist noch hingelaufen. Gut. Wobei ich fast glaube, dass das storytechnisch irgendwie... Ja. Das hat er doch grad schon gemacht. Hm. Wieso lebt der Kerl eigentlich noch? Keine Ahnung. Oh, das ist ne Wandaufzeichnung. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Ne? Hm. Computer... Sprengstoff scharf machen. Und... Zünden. Man sieht sich. Ja, war doch gar kein Sprengstoff mehr. Ja. Waaah. Moment, da ist irgendwas hier. Ja, Gegner. Komm. Ich löse den Sachen als Kabel hier. Ja, genau. Ja, da. Ja, da. Schreibt doch nicht so... ... als Bücher. Achso, heim. Vielleicht nicht so gut. Waaah. Wieso? Ja. Immer noch mehr. Boah. Ey. Jo, du, 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 du. Jo. So, wir können jetzt durch den Aufzug gehen oder wir gehen durch die Tür hier. Durch welche Tür? Die Tür, die wir reingekommen sind. Warum sollten wir das tun? Sollt man nicht. Deswegen gehen wir durch den Aufzug. Ja. Wie? Nee. Ah. Gut, und jetzt? Draufballern. Nee. So. Nee. Spulen da wegnehmen. Was sind da Spulen? Die blauen Dinger anflügeln. Ja. Ja. Hat geklappt. Ja. Geheimversteck. Geheimversteck. Ja. Ja. Da geht's. Ja. 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 Poorly. Ja. 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 Einmal das. Ja. Ja. Nope. Ehm, okay. I'll help you. Wo ist er wieder? Unten. Versehen, Lichtleit unter. Steg während des Kampus. Dann komm ich. Jo. Nein, ich werde auf die Leiter. Den ganzen Krammer verstauen. Ja. Müsste nämlich eigentlich der Sucherwort demnächst mal wieder ankommen. Ich hab meinen schon. Und ich hab meinen gar nicht ausgelegt. Kann auch sein. Ah, jetzt ist er wieder da. Was hat er denn schönes gefunden? Dann kann man den nochmal setzen. Nope. Okay. 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 So. Du musst natürlich snoopeln. Hm, weg ist es. Also den ganz langen Weg will ich zurückdackeln. Yay! Ach, hm. Ach komm, bin ich in letzter Sekunde runtergestiegen. Ja, musst du selber rufen, da unten. Ah, die meiner an. Stimmt. Deswegen hat das so komische Geräusche gemacht. Oh, man kann sich ducken. Cool. Ja, hat man irgendwo mal gezeigt bekommen. Und seitdem nicht mehr gebraucht. Das ging vergessen. Unser Ziel ist woanders, ne? Ist das? Ja, dann... Unser Ziel ist da. Aber ich weiß nicht welches Ziel das ist. Äh, Ziel war noch anders. B. Ach, nur B ohne Ziel, okay. Anzugstation ist da runter. Die Bank ist da runter. Ja, dann gehen wir halt zum Ziel wieder. Ja, aber ist das Hauptquest oder Nebenquest? Ich hab keine Ahnung. Ja, dann lass mal nichts zum Ziel gehen. Äh, Quests. Das war... Punkt und Komma, Punkt und Komma, genau. Oh, Punkt und Komma. Ne, ist, ist, ist schon richtig. Wir müssen dem Ding nachfolgen. Ach, man kann mehrere Suche-Bots haben. Cool. Was? Man kann mehrere Suche-Bots haben. Ja. Viel, viel später mal. Naja, stimmt. Wir sind ja per Aufzug gekommen. Mhm. Wo müssen wir da jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. So, anscheinend doch wieder nach vorne. Kein Sinn. Ich glaub, das zeigt's wieder voll schon. Ja. Ich glaub, das zeigt's voll schon. Muss ich zeigen. Ansonsten, bis Marcel verschwindet, wir haben ja genug davon. Hm. 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 Wieder in den Aufzug. Und nicht die Leiter. Achso, Aufzug, ja. Okay. Ah, wir können hier auswählen. Können wir. Ja, dann nehmen wir mal die Dry. Die Dry. Die Dry. Gut, das macht dann auch irgendwie Sinn. Und, jetzt kommt noch mal die einen, Das war's. Das war's.